Ich weiß immer nicht, wann muss man reagieren. Ja, jetzt haben wir richtig reagiert. Sobald es wackelt, einfach mal ziehen. Und dann kommt da schon was. Sie lassen sich Zeit. Sie lassen sich Zeit. Sie lassen sich Zeit. Sie lassen sich immer noch Zeit. Oh, nee, ging doch. Ich dachte, da hat keiner angebissen gehabt. Nee, da hatte auch keiner. Die wollen wohl immer nicht. Die kleinen Fischchen. Geh mich mal kurz um. Es ist kein Creeper in Sicht. Bäh, Mist. Mist, die Mist. Ich glaube, irgendwie zwei Fische oder so haben wir schon. Ich weiß nicht, ob das reichen würde, um mal so einen kleinen O-Salut mal so anzulocken. Ich glaube nämlich nicht. Na, na, na. Es kommt nichts. Da war doch eben Fisch abgebildet. Den hab ich gesehen, der ist da gespawnt. Er wollte aber trotzdem nicht an meine Angel. Mistiges Viech. Ansonsten gehen wir einfach gleich nach da hinten drüben. Nach da hinten drüben. Gehen wir gleich einfach nach da hinten und holen uns da ein paar Fischchen noch. Falls sich einfach mal keiner mehr trauen möchten, warum auch immer. So, genug von dieser Fischchen. Äh, wo sind die Fische? Da liegen sie doch. Dann kommen die scheiß Spinnaugen mal kurz weg. Denn ich will ja jetzt immer meine Fischchen haben als irgendwelche Spinnaugen. Die können da kurz hinten so ein bisschen rumwurschteln. Wahrscheinlich kann ich die nachher sowieso wieder einräumen, weil die ja vielleicht noch lange genug da rumliegen. Und wie viele Fische hatten wir? Zwei. Achso, roher Fisch. Das heißt, wir können das Ganze wohl auch noch... Auch noch braten im Ofen. Im Ofi, Ofi. Wird es gerade dunkel? Ne, wir haben noch Zeit. Gut. Jetzt hätte ich gedacht, jetzt muss ich erstmal wieder Schlafi, Schlafi machen, damit wir hier weiter angeln können. Aber das passt noch gut. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier so für einen Erfolg haben werden, tun, möchten. Weil dort hinten so Eiszeit mäßig alles ist. Also hier liegen die Biome wirklich ganz krass. So nebeneinander, wenn man so guckt. Und ich glaube, ich muss immer drauf achten, ob da kurz ein Fisch spawnt oder nicht. Da waren eben schon wieder Fische. Ja. Wunderbar. Und so wie ich es mal gehört habe, man soll mal immer so ein bisschen die Stelle wechseln. Also nicht immer auf dem gleichen Fleckchen nach Fischen suchen, sondern hier immer mal so kurz variieren, sag ich jetzt mal. So kriegt man wahrscheinlich irgendwie besser Fische. Ich weiß es nicht. Wäre ja eigentlich auch eine logische Theorie, wie man mal überlegt. So, kommt da noch was? Du hast angebissen. Bah, da war ich wahrscheinlich wieder viel zu ungeduldig. So, zack, hau die Angel raus. Hau sie raus und hol dir die Fischlein. Na, 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 kommt da was, kommt da was, kommt da was? Na. Es zappelt und zappelt und zuppt da rum, aber es kommt nix. Nix, nix. Ach komm, wenigstens ein kleines Fischchen noch. Dann haben wir irgendwie fünf oder so. Ist zwar auch nicht der größte Renner, finde ich, für so eine kleine, für so eine kleine Angel-Tour, aber naja. Was will man mehr? Es kommt hier auch nix, wenn wir mal hier die Seite nochmal probieren. Und wenn da auch nix kommt, dann können wir uns diese Fische mal in Ruhe lassen. Oder ich setze mich einfach gleich mal auf ein Holzboot oder in ein Holzboot. Da war ich wieder zu langsam. In ein Holzboot und schippere so ein klein bisschen über den See hier noch rüber. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich bin nun mal zu langsam, aber zu schnell. Hm. Wir hätten ja ne Werkbank hier. Ja, ich glaub, die stellen wir auch mal irgendwo auf hier kurz. Zack. Kommt denn eine Fackel hin? Ach, das ist doch keine Fackel. Das ist doch keine Fackel, mein Freund. So, dann machen wir mal kurz hier noch so ein Holzbötchen. Ich glaub, das kriegen wir so irgendwie hin. So? So? Nee, gar nicht wahr. Ganz falsch. Ach, was mach ich denn hier? So ging doch der Spaßboot. So. Dann wollen wir doch mal auf das Wasser noch mal kurz hinaus. Zack. Dill, 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 wo ist meine... Ich sitze im Boot. So, leg mal ab hier. Ahoi, 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 ich komme. Ahoi, Ahoi, ich komme. Ahoi, Ahoi, ich komme. Ich suche Fische. Und was sucht ihr? Meine Texte ergeben keinen Sinn. Ja, kann ich gleich ein bisschen Angi-Angi machen. Ach nee, wenn ich aufs offene Meer... Hinten hin... Bäh. Komm mal zurück. Wenn ich aufs offene... Ja, nun, nun, nun so. Wenn ich aufs offene Meer, glaub ich, hin möchte, dann muss ich, glaub ich, da hinten links rum. Denn, wie man sieht, werden wir hier nichts. Aber ich schmeiß mal kurz meine Angi... Nein. Mist. Raus da, raus da. Na, ach nee. Jetzt hab ich unser Boot jetzt zerstört. Ah. Dann wieder ziemlich undurchdacht. Natürlich wieder super, 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 super undurchdacht. Ich hoffe, aber ich verliere jetzt hier nicht. Habe ich einen Kompass? Habe ich mit? Habe ich jetzt einen... Kompass mit? Ja, Kompass habe ich mit. Äh. Brauche ich noch eine Werkbank. So, zack. Oh, jetzt habe ich ja nicht genug Holz. Ach, ich bin so doof. Haben wir hier gerade kein... kein einfaches Bäumchen in der Nähe. Ganz im Ernst, da mache ich jetzt keinen großen... Tra-ra-drum. Da werde ich jetzt einfach mal kurz... hier ganz gepflegt ein Bäumchen kurz kappen. Na, keinen ganzen. Einfach mal nur so drauf los. Hier eins, zwei, drei, vier, fünf. So, da haben wir... Was kann weg? So, Eichensitzlinge brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. So, Werkbank kommt... dorthin, zack. Sehr gefährlich, was ich hier gerade mache, weil ich von hinten nicht sehe, was kommt. Und... Ach, Mist. So, zack. Dö, 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 dö. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich die Werkbank nicht auf, aber dann machen wir das nämlich einmal so. Dann kommt die Werkbank wieder mit und dann kommt der... komische Samen da mit raus. So, jetzt aber hier, zack. Und los geht's. Ich kann da manchmal kurz eine Fackel setzen eigentlich. Ah, zack. Ah, nee, 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 schon wieder. So. Und dann geht's chup, chup, hier weiter. Und wir gucken... in die Sterne in der Zeit. Ah. Kann man doch in der Zeit die schöne Sicht genießen hier bei dem... Da hinten ist ein Creeper. Aber der hat uns, glaube ich, nicht gesehen. Dort oben ist auch noch einer. Der hat uns aber ebenfalls nicht gesehen. Ich hoffe, wir haben hier irgendwie ein... Oh, das ist so schade. Wir haben hier keinen... keinen vernünftigen Zugang zum Meer. Das finde ich so schade. Ich würde so zu gerne hier so einen offenen Gang haben, wo wir hier einfach aufs offene Meer kommen. Oh, das tun wir hier nicht. Egal, wie wir hier lang... Egal wie und ganz egal, wo wir hier lang schippern, wir kommen hier nicht aufs offene Meer. Oh, das ist so doof. Bäh. Nee, es lässt sich nichts tun. Wir kommen hier nicht... Hey, du... Du Tintenfisch. Was machst du da? Zerstörst mein Boot und verletzt mich hier noch. Und wie viele Monster da vorne sind. Das ist echt irre. Nee, aber das ist echt schade. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, irgendwie... aufs offene Meer zu gelangen. Wir haben hier zwar Wasser. Aber drumherum ist hier alles zugebaut. Dort hinten ist die... die Winterlandschaft. Dann kommt dort der Dschungel schon. Dann kommt hier rechts die ganz normale Landschaft. Aber kein einziger... kein klitzekleiner Zugang zu der... zum Meer oder so. Das ist ja schon schade eigentlich. Hätte ich gerne gehabt. Hm. Tja, Leute. Stehen wir hier mit unserem Talent? Setzen wir dort mal Mr. Fackel. Du kommst mal kurz mit. Die lasse ich nämlich nicht hier. Ich glaube, ich sollte das Ganze hier einfach auch mal ausleuchten, wenn ich hier gerade mal so bin. Ich habe ja schon Fishies mit dabei, ja. Tue ich mir mal an... dieser Leiste. Falls ich hier mal irgendwie ohne Zaloten über den Weg laufen sollte. Falls mir das Glück irgendwie... da... entgegenkommt. Wovon ich gerade mal jetzt nicht ausgehe. Ja, ich weiß, man soll nicht so schlecht denken, aber bei mir ist es immer so eine Sache. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Einmal durch den dicken Dschungel und da kommt uns ein Zombie entgegen. Ich kau aber ab, von dir. Ne, ne, ich wollte auch... Ist immer noch hinter mir hier. Zwei Stück sogar. Zwei Zombies. Komm hier. Jetzt gibt es hier kurz einen Prozess, wenn du es sowieso schon ausprobierst. Mich hier zu... So, hier hätten wir Wasser. Die Frage... Wo führt das Wasser hin? So ein kleiner Zugang so zum... offenen Meer, das würde schon echt nicht schaden und wäre wirklich nicht schlecht. Ich hätte... So was hätte ich auf jeden Fall sehr gerne. Jetzt ruhig explodieren können. Du hast mir kein bisschen was. Di-di-di-di-di-di-di-di-di. Gluck, 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 gluck. Und du willst immer noch nicht explodieren? Immer jetzt bist du tot. Jetzt bist du Geschichte, mein Freundchen. Es ist ja eigentlich schon so ein bisschen angenehm, so ein bisschen so in der Nacht hier so unterwegs zu sein. Ich glaube, ich hau mal jetzt hier wieder eine Wackel hin. Och, da kommt schon das nächste Mistviech. Was möchtest du denn von mir? Zack. Der hat nicht einen einzigen Block. Nee, auf einfach spiele ich ja nicht. Doch, ich spiele auf einfach. Aber trotzdem keinen einzigen Block zerrissen. Das ist ja... Öh, wo kommst du denn hier? Bist du verrückt? Bist du irgendwie verrückt? Wer hat dich hierher geschickt? Da, ich muss immer was essen. Was essen, bevor es weitergeht? Oh, hinten steht ein Skelett. Lass mal warten, bis das Leben so ein bisschen generiert. Dort hinten ist natürlich auch gleich noch zeitig noch eine Spinne gespawnt. Ach, Mist. Und es ist wieder ganz und gar hinüber, das Boot. Aber ich hab immer auch ein Glück. Das kann man gar nicht mehr in Worte fassen, was ich immer für ein Glück hier hab. Zack, zack, zack. Hm, hab ich immer ein Schweineglück mit dem ganzen Kram hier. Zack, 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 zack. Ein Bötchen. Und da kann das alles wieder mit. Und da kommt hier trotzdem eine Fackel hin, damit wir wissen, dass wir hier schon mal waren. Und hoppsi-dops. Geht's hier jetzt rum. Dort hinten steht ein Creeper. Dort hinten schwimmt auch noch einer. Aber das sieht nicht so danach aus, als wenn es hier irgendwie mal so eine Verbindung zum größeren Meer hätte. Aber es geht weiter dort hinten. Äh, der kommt uns hinterher. Aber ich bin schneller. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Huiuiuiuiui. Nein, auch keine Verbindung. Schade. Oh, dort hinten geht's weiter, das seh ich schon. Komm her. Und jetzt habe ich das Boot zerkloppt. Ich hoffe jetzt aber nicht komplett. Och, das gibt's doch nicht. Ich bin einfach irgendwie mit dem... Für Boote bin ich echt nicht geeignet, habe ich das Gefühl. So ganz und gar nicht. So, dann hauen wir das hier mal weg. Das muss weg. Ich muss hier nämlich irgendwie durch. Siehst du schon, komm, dass ich hier nämlich sonst überhaupt nicht durchkommen würde. Dort hinten geht's nämlich. Wird's großflächiger. Ich weiß aber nicht, ob's was Gutes bedeuten kann. Ich hab keine Ahnung, ob's da hinten weitergeht oder nicht. Das heißt, ein weiteres Mal. Wir stellen die Werkbank hier wieder auf. Zack. Nehmen wir uns das Holz. Ne, Fackeln brauch ich. Den, 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 den und den. Machen wir uns ein Bötchen. Sammeln den direkt wieder ein. Aber haben wir jetzt noch genug Platz? Und ich gucke mich diese komischen Setzlinge weg. So, jetzt sind die Dinge weg. Die Werkbank ist wieder drin. Hopsi, hops, hops. Und weiter geht's. Bäh, langsam mal sicher. Und es wird übrigens wieder hell. Haben wir den nach der ganz, ganz, ganz ruhig hier überstanden eigentlich. So, und jetzt. Noch hier irgendwie durchschlängeln. In der Hoffnung, hier vielleicht mal irgendeine größere Verbindung zum Wasser zu bekommen. Aber ich will mich jetzt auch wirklich hier nicht verfahren. Also, da jetzt eine große Reise anzufangen. Na, das gibt's auch nicht. Jetzt hab ich echt genug langsam mit den Booten. Jetzt werde ich mal einfach nur kurz hier lang gehen. Bäh. Du Schande. Bis zum nächsten Mal. Da? Och. Ich will es. Ich will alles. Jung besser.